Es gibt zwei Sorten von Menschen, die ich hasse. Und zwar Autofahrer, wenn ich zu Fuss unterwegs bin. Und Fussgänger, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Der SVP-Nationalrat Thomas Burgherr will, dass Fussgänger am – Achtung – Fussgängerstreifen auf ein Handzeichen warten müssen. Definitiv zu viel findet auch der SVP-Nationalrat Thomas Burgherr. Und will der Fussgänger in Zukunft den Vortritt nehmen? Der Beitrag von Till Burgherr und Peter Ribstein. What? Der Thomas Burgherr will ein Handzeichen und der Beitrag ist vom Till Burgherr. Was sind die zwei? Brüderer, Vater, Sohn, Cousin, Ehemänner. Ja salut Till, wie geht's? Ja hoi Thomas, salut. Ja du, ich hatte eine blöde Idee, ich brauche einen Sender, der diese veröffentlicht. Weisst du, dass Fussgänger auf ein Handzeichen von Autofahrern warten muss? Ja, kannst du doch nichts machen. Weisst du, wir sind doch Brüderer. Komm schon! Ja klar, können wir schon machen. Aber du musst unbedingt das Handzeichen im Auto schauspielen. Ist gut, ja. Und was haben sie dann auch gemacht? Nein, nein, nein. Oscar Riff inszeniert sogar. Am SVP-Nationalrat schwebt vor, dass der Fussgänger aufs Handzeichen vom Autofahrer warten muss, bevor er über die Strasse geht. Hm, da hat jemand wohl nicht so Freude. Aber jetzt mal ehrlich. Neue Regeln sind doch mühsam. Seit der Primarschule habe ich mir beigebracht. Rat steht, Kind geht. Und jetzt muss ich bei jedem Fussgängerstreifen warten, bis der Thomas Burk herkommt und mir ein Handzeichen gibt. Da habe ich auch ein Handzeichen. Ich meine, was kommt als nächstes? Muss der Pilot von der A380 jedes Mal auf ein Handzeichen vom Hobby-Modellflugzeugpastel Heilgimüll aus Klotenwald, bevor er abfliegen darf? Ist gut? Kannst du Gas geben? Schöne Flug, gell? Klar ist es gefährlich, wenn ein Fussgänger auf Snapchat oder Instagram ist. Viel gefährlicher ist es aber, wenn es der Autofahrer auch ist. Mhm. Mhm. Und sowieso, die Beatles haben auch nicht auf ein Handzeichen gewartet, als sie über die Strasse gelaufen sind, sondern sie hatten einfach den Vortritt. Was denn?